und jetzt wird uns zu einer weiteren folge von fit the beast ultimate wie immer die beiden auch wieder dabei wie immer und sich noch ein gast auch noch an sich im discord ja damit er sich ja gerade und die spinnen mit grüßen anscheinend auch auf mein dach angriff ich weiß nicht warum wir wie immer noch angriffslust sind angriff erfolgt mich immer noch ok da drücken die andere wie sagt es das gemacht das gewohnt den bereich der muss nicht gewohnt werden die die meloden wachsend auch so drauf ach so oh wo ist ich nicht sorry na gut es ist egal die sahen einfach so ganz wie die erde aus und hab ich das mal so gemacht so als ob ich da drauf getrampelt bin aber naja ok war immer so na ist jetzt hier dunkel ok wenn ich rede weil ich finde die stirn ist naja gut rene spitz naja gut spitz ja so wie sagen ja auch gar nicht mit fit the beast weil ja bei dir irgendwie nix funktioniert nein ich höre nix das hab ich da noch nicht tuch ja dann hab ich halt falsch verstanden ja komm das ist welcher jetzt verrückt ja blöd nein ich musste jetzt grad die aufnahme stören ey ich hab einen bochen na der oben war nur noch verdammt wo ist eigentlich wo ist eigentlich wo ist eigentlich hab ich doch vergessen zwei da vorne oder schon verbrennst gerade nein ich wurde vergiftet ja So, mal los, wenn ich so gut an die Stille schiebe. Hör lieber auf. Oh, ich muss immer das machen, weil ich nicht wusste, was ich bin Naja, ich will nicht Hat er dir eine Idee, die dir hackt ist? Aber guck mal, was geht vielleicht? Ich glaube, ich suche nach der Vielleicht habe ich so aus Versehen genommen Guck mal kurz, weil ich wohl gerade die Innertest umstellen Na, wenn es grüne Spitzer geht... Wahrscheinlich werde ich eh gleich sterben Wenn es grüne Spitzer geht, ich habe eine Es ist ein Tier, es geht um eine Diode Jetzt hat er den... Wenn du deinen Zauberticht hast, dann einordnet Oder da ist natürlich... Nein, da ist keine Ist die vielleicht bei den Wack verloren, oder? Da ist aber nicht richtig speichert Ähm Ja, der Server hat an einem Punkt nicht durchfällig Obwohl ich meine Sachen abgelegt habe, dann musste ich meine letzten Artists neu holen Vielleicht habe ich die Diode dabei vergessen Ich muss kurz nachdenken, weil der meine Artiste hinten Ah! Drecks Zombie Ja, die... Ja, nicht zu meinen... Warum sind die Zombies überhaupt nicht da? Das sehen komisch aus Das sind die speziellen Zombies von Tommen und Kraft, Matt Die sind schneller und sind vielleicht auch stärker an sich Keine Diahacke Keine Und da aber auch Ich bin nicht hier eine, Martin Ne, dann ist die Verlustsicht gegangen Dann ist die Hilfsdurchsicht und Verlustsicht gegangen Ich meine, dass die Verlustsicht gegangen ist dabei Wo meine Sachen verloren gegangen sind Soz... Dadurch... Dass das ja nicht gespeichert hatte Dass die Kiste umgeändert hat und meine Sachen abgelehnt hatte Meine Sachen aus meinem privaten Abteil der Welt Lagen in der Kiste und auch, aber Nicht die LP sagen Dann sind sie dabei wohl Verlustsicht gegangen Okay Dann hole ich die gleich mal Dann muss es dabei Verlustsicht gegangen gewesen sein, also Hole mal einen wieder her Warte mal, was fressen Kühe nochmal? Das ist Weizen... Ach Weizen... Ich will nämlich die Kühe Schade ist Fackeln eigentlich auch kein Licht hier machen Schade ist Fackeln eigentlich auch kein Licht hier machen Schade ist Fackeln eigentlich auch kein Licht hier machen Also wenn man das haltet und dann macht es Licht Das kenne ich noch so in Minecraft Aber naja, gibt es hier nicht Bei mir als Playmen, wo du es mal gesehen hast, das Flattenlicht geben oder wie? Oder bei dir? Uff Nee, ich... Nee, ich... Ich meinte... Ich meinte... Ich... Äh... Ich hab mal beim... äh... dem... vom Shuffle ja... dieses... eine Video Das heißt, das ist so eine Stranded Deep gewesen War das... War das Wasser wie immer aus? Flach? Oder hat das so einen Welleneffekt? Ähm... Nein, das hat keinen Welleneffekt Ich meine... Ich meine... Das... War Schatten anwesend? Äh... Ja Shader Ja, Shader Verursacht sie auch das Fatteln leuchten Ja gut, aber wo der Tom Shuffle ohne mit Shader gemacht hat... Diamond Lights Der Mod der Fatteln leuchten lässt... Der Mod der Fatteln leuchten lässt... Der Mod der Fatteln leuchten lässt... Ja, dann hat er das halt... Aber dein Lights gibt's hier ja nicht... Boah! Scheiße! So, und warum gibt's jetzt hier keine Kühe? Ich will hier gerne die Kühe mitnehmen... Wo ist denn die denn? Verdammt! Scheiße! Brauch ich jetzt alles? Ja, da hab ich alles Da unten nehmen wir noch Sachen Ich will nicht wissen wo Peter ist irgendwo... Ist ganz schön weit weg, glaube ich Scheiße! Das ist mein Greatshaus Oh, schöne Kuh! Das ist Kuh! Komm mir! Komm mir! Äh! Wo Kuh? Kuh! Kuh! Wenn wir zu... Kommst jetzt mit... Kommst jetzt... Kommst jetzt mit Kuh! Ja mehr! Nee, wuh! Nicht mehr! Uh! Ja, sonst... In der Potsch... So... Äh! Äh! Ah, ey! Oh, das hängt doch mal ein bisschen... Ach! Oh! Der Schaft darf nicht mit! Das darf nicht mit! Uh! Die Kuh darf mit! Hey, Kuh! Hey! Na, geht's hier wirklich aufs Weizen! Nein, du bist jetzt hier! Nein, Kuh! Du bist jetzt hier! Küchen! Du bist jetzt hier! Geh wieder zurück! Abzubauen hier! Gut, genau! Dann hvad ich mich Three-Kuh mit euch mache! Dann bitte nicht mitmachen! Das geht noch weiter! Jetzt hab ich mitw és... Oh, das ist noch eine Kuh! Es schaut dann auf eine Kuh! Komm ja! Komm komm! 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 hey, aufwachen hier geht's lang ey, hier wird nicht aufgehauen das kannst du völlig vergessen, jetzt kommt mit die Kuh ey, die Kuh reagiert nicht, dann gehe ich mit der einen Kuh halt weg oh, jetzt kommt er mit ach, warum reagieren denn mal welche Tiere halt nicht? oh ganz langsam, wir gehen ganz langsam hin eine gute Idee bei Nacht das sieht geil aus, wie die mich langsam so verfolgen ja, das ist ein Wolf zum Glück habe ich keinen Schaf mit für den Schaf wäre es sehr gefährlich oh, da ist ein scheiß Zombie mit in der Rüstung aber ich habe keine Rüstung bekommen, schade nur Lederrüstung, aber brauche ich nicht geht jetzt mit hier kühl ey, oh jetzt reagieren kann ich dir sagen manchmal bekommst du meinst selten wenn du einen ähm Zombie findest, der ein Ding schafft der hat ne Rüstung angehabt der hat ne Rüstung angehabt das ist manchmal selten ja ich weiß, man bekommt das oder auch nicht ich weiß ich weiß ich weiß wie ist es wie ist es ist das lang zum laufen schon muss die karte über den loch einmal zum bahnhof gebracht wenn sie mal einen bahnhof geben würde dann wäre es gut wenn es ein taxi geben würde wenn ich mal nach hause schiebt aber ich bin gleich da ich krieg auch manchmal immer wenn ich also meine ich mal im echt leben wenn ich ja immer laufen tue so zehn minuten kriege ich schon längst die damofelkater ich gehe selten meistens meine mutter nicht also meine mutter geht nur abends obwohl ich bin schon mal abends gegangen aber naja ich glaube das ist weil ich einfach nur ein bisschen bock hatte glaube ich ja schon hier so ist das war weg auch nein kürt ja ab nein ihr sollt hier bleiben ihr scheiß kühe nicht einfach abhauen abhauen ist keine gute Idee höchstens er hat sich nicht zu kommen er kommen und die Zeit für m nur konzert das ist das war eigentlich so ist Das ist euer Scheiß-Trick. Was ist da aus? Oh, süß, ey. Ich, äh, mit, ich gehe kurz... Ich kann das Kleine nicht für den Tag. Komisch. Na, wir fahren. Nee, vielleicht. Jetzt lässt sich das nicht aufnehmen. Ich hab was. Komm mal her. So, ne? Nein, ich bin gerade Roblox, äh, so rot. Komm mal her. Ich hab's schon mal gemacht. Ich hab's schon mal gemacht. Ich dachte, das ist ja eigentlich immer normal. Auch wenn sie auch... Sie ist immer noch mal krise. Auch wenn es dann aus ist, sie ist ja immer noch mal krise. So, ich dachte, ich muss das noch mal machen. So. Okay, das ist noch... So. Nehmen wir mal die Stein-Clap. So. Der kommt dann in Richtung... Tränen. 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 Und dort. Dort dränen. Und da ist ja auch, was. Entweder. Und da ist ja auch, wenn meine Kinder. Und da da sind. Woher? Ich warte mal. Und da muss ich noch mal fragen. Lass uns noch mal bei dir. So, switch hier. Warte, man, immer noch meine Türen so? Ja, ja. Also, ach man, es geht noch schon offen, ja? Was, Manni? Na? Ich bin die Teilhose-Sitz. Wie wird das jetzt? Ich meine, weil ich halt auch so die Tür zumache und so oder so. Ne, so. Ich bin die Teilhose-Sitz. Nein, nicht das. Nicht das. Nein. Ich bin die Teilhose-Sitz. Ach, da ist noch meine Tüsten und is nicht mehr. So, ne, noch ein bisschen. Da ist hier. Das ist ein Tüsten und ein bisschen. Hm. So. Was haben wir eigentlich schon? Lüppel? Ah, geht da hier hin. Da haben wir einen. Minimumstein. Okay. Brauche ich einen Minimumstein? Warte mal, kann ich das überhaupt nicht? Aber bei mir ist das manchmal so, wenn ich jetzt euch sehe, bei Peter steht da nicht, bei Martin Schuh mit... äh... wie... bei Mika auch. Na, ich meine... Okay. Wie macht man denn einen Minimumstein? Ich hab... Ich hab... ich hab einen... Du musst... Du kannst auch... in... in der Mide... ne? Weil ich hatte... ich hatte einen... konnte man nur bei den... in der Mide... Ich glaube, man kann kein Minimum... äh... Crap. der hat doch nachschocken... Ist der auch bewusst, oder? Ja, ich guck grad nach... aber ich glaub, man kann kein... oder wann doch... den kann man herstellen... so... oder hier... nicht die Steinpipes... Ne, das sind die ganzen... Oh, sind das... Ah, ne... Ich... Ich... Mann... Was ist denn das? Wuppi-Sickle... Okay... Ich meine... Ich meine... Du darf mal... in der Suchleiste unten... 2-7-0-0-2 ein... Da siehst du doch, wie man ihn dann craftet... Oh, ist das das? Ah, ja! Da ist es! Oh! Aber man braucht... Achtung mit diesem Ding... um die macht man das... Oh! Ich brauch auch noch... einen Gold-Bahn... Hab ich einen Gold-Bahn? Moment... Scheiße! Mist, ich hab kein Gold... Okay... also Stein... Eisen... ähm... Sch... Scheiße! äh... Stein brauch ich... und Eisen... und dazu noch Gold... dann könnte ich mir dieses... äh... Wie heißt es nochmal? Trecker... Treckersteine... Oder... Stone... Ja, Stone... Woinst du wohl? Ja, Stone erstmal... also und dann... Eisen... und dann... brauche ich noch Gold... und Gold-Bahn... 4 Tusten... und dafür 400... Also Eisen-Bahn... und Gold-Bahn... also ein Gold-Bahn... und dann könnte ich mir daraus... einen Trecker-Stein machen... und danach brauche ich... ähm... noch ein... Aluminium... oder sowas... Du meinst... über den Inner-Stone... so nennt er sich... auf Englisch... Ja... ja... und... und... und danach könnte ich mir... davon dieses... ähm... äh... mit diesem... Minimum-Sperger... Du-du-du-du-du... oi... geht ganz schön tief runter... ich muss ein ganzes bisschen... kann man noch irgendwo runtergehen? Äh... Oh fuck! Scheiße! Oh man... nein, ich bin nicht dergefallen... ich hab meine Sachen... ich hab... euch grad zeigen was zu spieren... gell... du-du-du-du-du... Scheiße! Mann! Gewälliges Haus hier! Kann man nicht da irgendwo... noch runtergehen... oder... kann man nun... man kann da runtergehen... jetzt gehts nicht runter... Ja... Ist das so ne Leiter... oder ist das ne Treppe... ne Treppe nach unten... ne Wendeltreppe nach unten... hier unter dieser Wendeltreppe... dass ne Treppe... Da ist der Winch, der ist halt ein bisschen promosorisch. Na gut, leider keine Breite, aber naja, okay, geht. Oh, warte mal, vielleicht ist hier was. Scheiße, ich hab keine Fackeln, aber egal, glaube ich nicht. Ja, da freut jetzt die Zuschauer. Okay, da geht's nicht weiter, na gut. Das wird wohl die Zuschauer freuen hier, in dunklen Wien. Ja. Oh Gott, die Treppen sind so grünlich gemacht. Die ist sehr promosorisch halt, die sind jetzt bald weg. Richtig klein, dann hab ich Angst, ich runterfalle. Okay, jetzt kann ich Lampzai nicht mehr sterben, jetzt kann ich einfach runterfallen, aber top, sehe ich lieber keine Herzen hier. Oh, schon fast runtergefallen. Ja, so. Oh, jetzt noch Eisen. Lecker, lecker. Oh, die Turtle wird bald wieder da langgefahren. Den Rest wegträumen. Was ist das denn? Ach so, das ist das... Ach so, das ist das... Ich hab so lachen, nein, nach Verlassen. Was ist das? Redstone, nee Redstone brauche ich nicht. Obwohl doch, ich muss... Ach, das kann ich noch nicht abbauen, scheiße! Okay. Okay. Äh, was ist das denn? Okay, das sieht ganz normales Minecraft aus. Als ob du so schön äh... ... jetzt so benötigen würdest. Was ist das denn? Galena? Okay. Galena or, meinst du? Ja. Galena. Ja, zu heißes. Da steht, äh, hier Galena or. Nee, ich hab grad gesagt Magdalena. So, ja. Okay, ich nehm's mal drauf zusammen mit. Ich kenn das ja noch gar nicht. Ich kenn das ja noch gar nicht. Du wirst ja sehen, wieviel die an so manchen Sachen wohl auch noch benötigen werden die alle von sich will. Weil die an sich halt die technischen Sachen ja... ... zusammen machen. Oder wollt ihr alle die technischen Sachen alleine machen? Nee, ich will... Ich will nichts alleine alleine machen. So, ja. Wirst du sehen, wieviel wir da wohl noch alles brauchen. Und Wettstone wirst du auch. Und du wirst da auch ein großer Teil sprechen. Na gut. Oh, was ist das denn? Fire Infused Stone. Wow. Was ist denn jetzt ab, aber? Oh! 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 Was? Ah! Okay. Für mal die Mods sind die sozusagen... Man kann ja auch sozusagen Zauberstimmen oder so und so manche Sachen herstellen. Weil die muss man halt auch alle selber erst freischalten sozusagen. Achso. Oh Gott, ist das dunkel. Aber es ist zum Glück seh ich diese... Mit den Mods, den ich am wenigsten eigentlich zu tun habe, schreibt's halt mal... ... hier, öfter, wenn man sich ja mein Haupt... ... sondern öfter mal so man macht. Ähm... 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 Warte mal... Wo ist Lava? Okay. Lava, Lava, Lava. Wir machen mit Nine. Oh! Oh Gott! Tommi kommt einfach runter. Aber das Wasser mit dir. So. Der ist ja noch so eine Tüste. Warte, der ist ja noch so eine Tüste. Nein, die überlecken ihn ja nicht, äh... Aus! Halt ab! Die Tüste. Jetzt leer. Ja. So. Kommis wieder hoch. Weil jetzt ist er tot. Oh, ich hab ne Kartoffe bekommen, aber das ist nicht richtig. Was ist das denn? So, bekommt noch Buch? Hä? Irgendwas läuft hier noch. Irgendwas läuft hier noch. So. Mal schliegen. So. Nein! Ach, Mann! Das ist... Oh, scheiße. Ich dachte, das wäre Anime. Mann. Hier unten gibt's kein Anime. Ich glaube nicht. Verdammt. Äh, warte mal. Warte mal. Oh, hab ich nicht Kohle eigentlich? Decker hier. Das mal nicht. So. So. Jetzt haben wir mal das modifizierte Kisten da, du. Wie die Verlösung nach dem Bild. Nein. Die Maschinenagier ist ja wieder alle. Was ist das denn? Aber wohl wie es... Wie es wohl weitergeht bei mich ja in der Höhle. Seht ihr wohl in der nächsten Folge. Oh ja. Mir soll lieber nichts passieren. Aber dann. Bis zum nächsten Mal. Jo. That's good.